Die Klimm Outrider Hose konzentriert sich darauf, eine Freizeitmotorradhose zu sein, aber trotzdem noch die Sicherheit von CE Level 1 D3O Schutz an Hüfte und Knien zu bieten. Das schauen wir uns in dieser Review an. Ich bin Sebastian von Champion Helmets und die Klimm Outrider Hose ist ein weiterer Einstieg von Klimm in die Kategorie Freizeithosen. Eher nach einer Cargo Hose aussehend ist diese Cordura Hose etwas auf der schwereren Seite von Freizeittextilien zu finden. Mit einem empfohlenen Verkaufspreis von etwa 220 Euro oder 240 US-Dollar tritt die Hose gegen Revit Cargo SF an. Nur eine kurze Erinnerung, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und sich den Rest anzuschauen, wo wir noch viel mehr Reviews zu Klimm Ausrüstung sowie auch Videos über Dainese, Revit und viele andere haben. Die Klimm Outrider Hose ist aus Cordura Baumwolltuch gefertigt. Das heißt, es ist schwerer und abriebfester als Denim und hat als nettes Extra eine bessere Farbfestigkeit. Die Hose ist so geschnitten, dass sie mit Offroad- und Adventurestiefeln kompatibel ist. Und natürlich auch mit Straßenstiefeln. Um eure Beine zu schützen, hat diese Hose D3O CE Level 1 Klettpanzer. Das heißt, die Polster sind flexibel, versteifen aber bei einem Aufprall. Und das heißt auch, dass diese Protektoren einstellbar sind, da sie mit Klettband befestigt werden, sodass ihr eine ordentliche Passform erhaltet. Die Hose wurde so gefertigt, dass ihr die Polster beim Tragen der Hose herausnehmen könnt. Das ist wirklich ein cleveres Feature, denn so könnt ihr die Freizeitseite dieser Hose so viel es geht nutzen und müsst nicht mit der ganzen Schutzausrüstung durch die Stadt laufen. Um die Panzerung schnell an den Knien zu entfernen, braucht ihr hier nur das Klettband und den Knopf, den es festhält, zu lösen. Und ihr könnt einfach hineingreifen und die Protektoren herausziehen, wenn die Klettverflüsse gelöst sind. Und ihr seht, die Klettbänder hier und hier, deren Gegenstücke sich in der Hose befinden. Und genauso leicht werden sie wieder eingesetzt. Da es eine Freizeithose ist, wird ein Knopf und ein YKK-Reißverschluss für den Schlitz verwendet, sowie normale Gürtelschlaufen. Ihr bekommt die üblichen Taschen, zwei auf jeder Seite, eine Extratasche für das Handy auf der linken Tasche, sowie zwei Gesäßtaschen. Wenn ihr die Klim Outrider Hose kaufen wollt, schaut auf championhelmets.com, wo wir eine Niedrigpreis-Garantie und viele Bundle-Angebote haben. Die Klim Outrider Hose ist eine großartige Wahl für Freizeitfahrer, die etwas Schwereres suchen, was sie immer noch in der Stadt tragen können. Auch wenn sie eher auf der einfacheren Seite von Klim ist, bietet sie immer noch großartige Features wie die Protektorentaschen, die die Verwendung abseits des Motorrades verbessern. Wenn euch das Video gefallen hat, stellt sicher uns zu abonnieren und lasst uns unten wissen, was ihr denkt. Ich bin Sebastian von Champion Helmets und danke fürs Zuschauen.